Wenn Sie die haben, sollten Sie die mal rausnehmen. Sie können mir vorstellen, dass Sie die gleich gebrauchen. Und wir wollen jetzt mal ein Experiment machen. Hier tut es so, mit der Tarnflöte. Da drüben haben wir einen Solo-Piper. Da haben wir unser großes Piper-Orchester und unser ganz großes Orchester. Die alle gemeinsam wollen wir jetzt gleich produzieren lassen. Ich erinnere mich aber noch daran, dass wir im letzten Jahr hier bei Ihnen in Münster das Suppen üben haben. Stimmt, na? Können Sie das noch? Legen Sie mal los. Und. Das war total schön. So, jetzt machen wir das noch mal richtig alle gemeinsam. Und. Ja, das könnte was werden. Dann tun wir das noch mal. Wir alle gemeinsam hier auf der Fläche, Sie im Publikum, die Hymne der Freundschaft. Amazing Grits. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020